Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich mag meine Mutter. Sie ist nicht so wie andere Mütter. Meine Mutter spielt viel Tennis. Auch mit einer Flasche Wodka in Dusk hat sie noch die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Psycho! Danke, es reicht. Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andrey Chica. Check. Ist der geklaut? Nein, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück. Willst du in den Knast, Dorf? Ich bin erst 14, ich strafe mir nichts mal mit 15. Mit 14 bist du auf jeden Fall strafmännisch. Ich dachte mit 15. Mit 14. Ja! Das ist geil! Jetzt nehmt ihr Pisser, wie alt seid ihr denn hier oben? Scheiße! Du hast Konservendosen mitgenommen, aber keinen Öffner? Was hast du denn dabei? Ich hielt kein Pizza. Hast du auch in den Ofen gedacht? Ohne Sinn. Wo war ich eigentlich hin? In die Wallachoy. Das ist genau meine Richtung! Hast du schon mal gefickt? Was? Wahnsinn. Stillen bleiben, hab ich gesagt! Kevin Korani. Du siehst aus, wie ein 14-Jähriger mit dieser Leber unter der Fresse. So ist gut! Können wir einfach ein anderes Auto klauen? Wir können nicht jedes Mal, wenn Sprit da ist, ein neues Auto klauen!